Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 26.10.2022 und unser DAX ist ein gutes Stück weiter ausgesprungen aus seiner Welle. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass der eigentlich ganz gut drin ist und auch einen Ausbruch probieren könnte. Das unten, ich aber nicht sehen möchte, einen unterbieten unter die 850 und die 800, weil das sonst ihm nach unten natürlich Raum eröffnen würde. Die Sichtweise haben offenbar auch andere gehabt, die ihre Stop-Loss dort gehabt und dann hat sie gesagt, Mark halt gedacht, hole ich die mal ab und steige wieder. Der hat die sehr schön verteidigt, die 800, aber mit Sicherheit dort Stopps geholt. Also einen anderen Punkt scheint es gar nicht gegeben zu haben, dass der sich da noch mal runtergequält hat, weil das sind beides Stopps-Niveaus gewesen. Also der hat sowohl auf der 850 getreten als auch auf der 800 getreten und das sind eigentlich so typisch klassische Punkte, wo die Leute gerne die Stop-Loss nachziehen. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Ich hätte schon gedacht, wenn er unter 850 geht und dann auch unter 800 fällt, dass er weiter fällt. Ja, wir hatten das auch, glaube ich, so gesagt. Unter 850 deutlich, deutlich aufpassen, dass er nicht nach unten weiter dreht. Und dann hat man aber doch schon an der Reaktion an der 800, man hat das schon gemerkt, wie der nach oben gezogen hat auf einmal. Der hatte richtig Feuer reingekriegt. Wir hatten dann bei uns auch, natürlich nicht bei 800, da haben wir auch erst ein paar Punkte ins Land gehen lassen, haben wir auch ein Update dann rumgeschickt und gesagt, das ist jetzt Konter von der Schwäche, der geht jetzt hoch bis 1360. Und das hat er dann eben auch getan. Hat hier oben jetzt unsere 1360 angelaufen, also auch die, die wir in der Morgenanalyse immer mal mit erwähnt hatten, 1350, 1360. Das nächste ist dann die 13190, 13200. Das heißt, bleibt er dran am Mittwoch. Und das können Mittwoche eigentlich ganz gut, das gelingt denen relativ häufig. Die starten gerne mal ein bisschen tiefer rein, manchmal auch mit Abwärtsgap und schieben dann aber doch nochmal den Dienstag an. Und von daher könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er ein bisschen tiefer wieder reinkommt, wie so üblich. Weiß nicht, 1350 vielleicht nochmal, 13.000 ist auch okay. Oder warte mal, 13.030 ist das ja. 1330, 1350, das wäre okay, das würde stimmig aussehen. 13.030 im Zweifel auch noch tiefer, sollte es vielleicht gar nicht mal so sein. Und dann können wir von dort nochmal probieren, Richtung 13190, 13200 zu ziehen. Jetzt, wo dann alle denken, oh, Abwärtsgap, jetzt fällt er weit. Und dann aber, flupp, und direkt nach oben weiter. Soweit die Erwartungshaltung. Das heißt, es ist auf jeden Fall hier noch ein bisschen Platz. Planen dann bei 13200 erstmal ein bisschen Gegenbewegung ein. Solltet ihr aber nicht kommen, macht euch gefasst, dass dann eben nicht die Welt aufhören muss. Der kann dann auch noch ein Stückchen weitergehen. Also gut, gut, aufpassen bitte. Ich erinnere mich noch dran, hier gab es ganz, ganz, ganz viele, die Short überrumpelt wurden. Die uns dann auch hier gefragt hatten, per Mail geschrieben haben, Martin, was soll man machen? Ich habe mit euch da auch in einem Video drüber gesprochen an dem Tag. Hat gesagt, es gibt hier ganz, 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 ganz viele. Also ich habe euch das wirklich, schaut euch nochmal das Video an. Ich weiß gar nicht, es war Freitag, der 14. oder wahrscheinlich Sonntag zu Montag. Wie die Leute, oder wo uns Leute geschrieben haben, Hey, was soll ich jetzt mit meinen Shorts machen? Und wir dann auch geraten haben, brech ich das ab. Setzt sowas eben nicht einfach aus. Der Markt kann auch weiter oben rauslaufen. Gerade dem einen kann ich mich dran erinnern, hat man empfohlen hier zwischen 450, 400. Also nicht empfohlen, haben gesagt, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich das so machen. 450, 400, was raus. Und den Rest bei einem neuen Hoch, bei einem Zweifel läuft der Markt einfach weiter. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn uns einer sowas schreibt, Dann gibt es ganz, ganz, ganz viele, die genau, genau das gleiche Zeug gemacht haben wie derjenige. Wir haben manchmal sogar unter unseren Leuten exakt die gleichen Trade-Ideen, die nicht mehr von uns stammen. Ja, es ist nicht so, dass wir gesagt haben, hey, ihr könnt bei 230 Short eröffnen und lasst einfach den Stop Loss weg. Oder schiebt den erst nach oben 50 Punkte und nehmt ihn dann raus. Und dann kriegst du trotzdem einen Tag später zweimal die gleiche Mail, in der exakt das gleiche drinnen steht, dass jemand zwischen 200 und 250 Short reingemacht hat. Dann erst den Stop Loss drin hatte, dann ging es aber so schnell, dann hat er rausgenommen, weil der Markt ist einfach immer wieder provoziert. So, und jetzt sehen wir halt, wie der Markt das halt auch raus. Der treibt die Short einfach raus. Man sieht das halt, ne, wie er immer wieder den so ein bisschen Hoffnung gibt, dass die denken, na, das kommt wieder und dann richtig rausdrücken. Und da würde ich einfach sagen, vorsichtig, wenn der weitermacht. Ne, also das letzte markante Hoch ist eben hier noch ein ganzes Stück weg und orientiert sich der Markt da dran, ähm, sollte einem das nicht ruinieren. Das wäre schade drum halt, ne, weil die Aufwärtsbewegung ja klar erkennbar für alle ist. So, ähm, das heißt, 13.190, 13.200 wäre für mich die nächste Etappe. Sollten wir unter 13.000 fallen, ähm, wäre ein Rücklauf auch okay. Ähm, wahrscheinlich, ja, relativ tief dann, ja. Ja, 900 rum, 900 rum wäre dann erste Rücklaufstation. Und an der Stelle kann man jetzt schon sagen, alles, was jetzt unter 800 geht, wäre dann Trendbruch, ne. Also dann würde die Aufwärtsbewegung ersticken, dann hätten wir ein höheres Hoch, dann ein tieferes Tief. Und, ähm, wäre quasi dann so eine Abbruchbedingung jetzt so für die nächsten Tage, Wochen. Das heißt, wenn wir unter 800 dann fallen, ähm, haben wir, glaube ich, gestern auch so gesagt, ne, wenn die 800 fallen gelassen wird, dann kann der wieder runter auf 37, ähm, 600 und tiefer. Hat aber nicht, hat sie halt verteidigt, ne. Würde die aber fallen gelassen werden, zum Beispiel jetzt nach so einem Hoch und der Markt kippt jetzt hier nach unten, ähm, dann wird das schon erstmal wieder einen Trendwechsel einleiten. Sprich, dann könnte man auch Shorts wieder ein bisschen probieren zu fokussieren. Würde ich aber Stand hier jetzt einfach noch nicht machen, ähm, das eben auch erst abpassen. Auch wenn immer mal kleine Gegenbewegungen drin sind, hätten die Stand hier schon noch ein bisschen Chancen nach oben. Wer genau hinguckt, der wird hier ein bisschen was sehen. Es sieht nämlich nach einer leichten Verkeilung aus. Ja, es ist keine schöne, weil sie einen Bogen hat, aber, ähm, man muss hier schon ein bisschen genauer hingucken, dass das keine bärische Verkeilung wird. Kann natürlich denen ein bisschen Mut geben, ne, die, die hier in den Shorts noch drinnen sitzen. Aber wenn ich hier mal so über die Hochs gucke, wird es interessant, wie er sich verhält, ne, weil Verkeilung ja ganz gerne mal auch sehr dynamisch auslösen können. Und von daher würde ich schon sagen, so alles, was unter 800 geht, wird für mich dann wieder interessant auf Short-Seite. Weil wenn so ein Keil auflöst, also der kann auch schnell wieder bei 12.000 stehen, ne. Warum auch immer, Putin schickt jetzt doch irgendwas los oder plötzlich stehen chinesische Truppen vor der ukrainischen Grenze oder keine Ahnung. Ähm, das sollte man. Ein bisschen aufpassen, ne. Unter 800 würde ich jetzt hier dann auch erst mal das Long-Schwert hinschmeißen und mir auf dem Short-Deckung suchen. Aber solange das noch nicht ist und der Bereich auch nicht fällt, ähm, hat er hier erst mal noch Chance rauszusteigen. Und ich sehe dort auch fast das Risiko, ne, wenn er jetzt oben raus macht und er beschleunigt das jetzt hier, ähm, der kann ruhig den Leuten, der wird den Leuten wehtun, ne. Auch jetzt am, am, am Dienstag haben so viele Short gesucht, auch bei uns, ne. Obwohl wir auch im Webinar, wir haben hier Webinar gehabt hier unten irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr. Am 16. Am 16. Hat ein Webinar. Da haben die Leute auch nochmal drauf eingetrichtert. Mensch, hier und aufpassen oben. Und auch das Webinar davor. Schon zum 1. Oktober hin gesagt. Mensch, jetzt ist die Sonne alle stärk. Jetzt muss man ein bisschen Aktien kaufen und ein bisschen gucken. Ähm, kann sich gut wieder erholen. Und trotzdem, so viele, die Short gesucht haben, auch zum Dienstag. Von daher wird es mich nicht überraschen, wenn wir ein bisschen tiefer reinkommen, wieder die Leute so ein bisschen ankitzeln. Hey, dein Short-Idee war richtig. Warum hast du am Abend abgebrochen, ne. Ähm, greifst du wieder auf und dann den darfst wieder aus dem Kreuz treten. Und von daher, ich gucke mir mal die 13200 an. Ähm, halte aber auch nicht für unmöglich, dass da ein bisschen mehr noch kommen kann. Wenn er sich erst mal richtig reinrennt, so richtig eingerannt, hat er sich noch nicht. Wie gesagt, es ist eine leichte Verkeilung drin. Und, ähm, das Risiko würde ich hier aber nicht unterschätzen. Solltet ihr aber komplett den Mittwoch nach unten arbeiten, ja, dann kriegt diese Verkeilung hier Fokus. Und wenn die dann bricht, dann wird es nochmal lecker für diejenigen, die wirklich Short handeln wollen. Und auch dann kann man ja erst auch richtig anfangen. Wenn dann die Signale auf der Short-Seite auch richtig aktiv wären und da sind, ähm, dann macht das natürlich auch mehr Spaß, wie in so einer Suppe rumzustochern und dann immer wieder nach oben weitere Rohr raus reinzukriegen, ja. Also von daher, achtet schön auf die Kerzen, achtet auf die Signallage. Versucht nicht in der Stärke den Markt zu shorten, lieber in der Schwäche, dann macht es mehr Spaß. Genauso wie es mehr Spaß macht, in der Stärke die Longs zu suchen, ne. Also auch wenn ihr sowas seht, hier der Markt macht einen Rücklauf und er presst so stark rein, so viel Kaufkraft, die da kommt, dann darf es nicht sein, dass man seinem Instinkt folgt und dann Short reinkloppt, weil das ist völlig gaga. Wenn doch der Markt mir zeigt, dass die Leute kaufen, die großen Jungs haben richtig Bock zu kaufen, dann kann ich da nicht sagen, boah, jetzt hau ich aber Short, das geht mir zu schnell nach oben. Das ist Quatsch und das funktioniert auch so selten und trotzdem machen es die Leute immer und immer und immer wieder. Das sieht man immer wieder halt, weil es Instinkt ist. Das ist einfach instinktives Handeln, aber die Instinkte sind uns nicht gegeben worden, um an der Börse Geld zu verdienen, das muss man auch so sagen. Gut, okay, ich mache hier einen Cut, sonst geht es mir dazu sehr ins Psychologische rein, das soll ja nicht das Ziel sein und wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.